ja mal sehen ob die ping mitspielt weil ich hatte in letzter zeit ping probleme gehabt massiv und mal staunen und bis jetzt ging es eigentlich ja ja die probleme einfach zurzeit ja die würde ich auch gerne machen oder so so auf twitch und auf youtube aber youtube bietet ihr halt nicht so viele optionen das ist ein bisschen schade ja youtube ist auch scheiße der delay so groß fast eine minute oder so ja das stimmt und dann kannst du die videos nicht mal richtig downloaden kriegst du 720p auch da reagieren die zuschauer drauf und da ist ja schon nichts passiert und du weißt schon gar nicht was abgeben warum geht jetzt ja jetzt aber so hast du halt eine community aufbaut dass du sehen dass du wirst macht videos live ja dann bist du rüber zu twitchen ist okay klar hätten sie die technik ich weiß auch nicht warum das einzig geile was bei youtube ist halt dass du eine hohe bitrate einstellen kannst aber bringt ja auch nichts wenn dann die videos mit 720p download ist mhm carlson kam man meine post schon an nee guck mal old green rum wo er sich wieder rumtreibt ja jetzt muss ich zu euch kommen ich hatte den clue aufgenommen aha okay das war der schnelle vorankommen weil gerade wenn du ein ziel hast der musste recht schnell sein da sind auch welche jetzt bin ich schon ich stehe jetzt wieder mitten zwischen den leuten ich komme zu dir topa mach mal und du kannst du zum schul das stimmt jetzt steht ihr schon irgendwie habt ihr schon feindkontakt oder seht ihr schon also hier sind welche gewesen die immer noch hier sind weiß ich nicht hat einer von euch gerade geschlagen ja ich habe einen hund lieber geknippelt zlatty ich danke dir nochmal recht herzlich wünsch dir noch einen schönen tag hat heute zwölf stunden ist dem reicht heute kann ich mir gut vorstellen aber wir sind ja nicht mehr die jüngsten das zärt schon an der substanz das kann man sich wenn man jünger ist gar nicht das kann man sich vorstellen aber es ist halt so komm ich hier hoch komm ich hier hoch wir sind sehr getrennt ja zu anmerkungen ja weil karsten läuft dahin du läufst dahin ich stand in der mitte ich musste mich für einen entscheiden und du hast mich für einen falsch entschieden ich habe mich für den märchen nummer eins entschieden das bist du glaube ich oder das ist falsch da ist ein feind ja oder mal look wie du gemacht machst du jetzt lad die erst das platte ein youtuber kollega ach so ja gerade im stream war mit seinen zuschauern hat mich geredet er ist mit seinen zuschauern hier hingekommen genau karsten ist so noch ein bisschen älter als ich glaube ach sieben sechs oder sieben jahr karsten könnte man schon als ur nennen also urgestein urgestein urvater ne ja auch schon recht so wie der punkt schon gesagt hat ist die erste angabe stimmte schon heiße spieler hier einer tot zwei tot drei tot einer noch da glaube ich ne alle tot glaube ich hast du alle tot geschossen jetzt ne ich hab nur ein aber ich hab zwei sterben hören und hier liegen vier oh ist der sechser mein gott vergiss das immer wo keine ahnung kam von hier hinten irgendwie ähm keine ahnung ich bin tot ähm sparks meckenschütze ach ähm sniper 85 meter karsen guckt sich noch die blümchen an da hat sich einer geheilt hat einer negro ne ne 85 meter also soweit ist es jetzt auch nicht weg immer gleich bin ich außer atem rechts ist was ja oh da der war schon daneben halt ich dringend an der schütze ist noch da der heckenschütze ja der sniper oh da kommt karsten ist ja gut der ist noch am weit weg du siehst die punkte du bist hier fehlt noch ein Balken stimmt du hast recht da ist ein wenig der war nicht weit 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 entfernt nicht dass die dann auch wiederbelebt werden mhm wo liegen die denn so ungefähr alle an den gleis außer einer denke ich der mit dem sniper hier hat einer irgendwie Karsten hat zugeschossen ne irgendwelche fallen hingeworfen oder Karsten hat Ambos bestimmt geschossen ja ne der ist weiter weg das war ein Scharfschütze ok kann man dich aufheben Topa ne ich glaube nicht außer Karsten hat negro oder ihr könnt von unten oder so ich weiß es nicht Scharfschütze ja nehm ich Scharfschütze nebe ich weiß nicht ich versuche es mal was kann ich hier oh ich kann nicht aufheben oh ich kann nicht aufheben ok jetzt bin ich wohl erst da hinten danke Kas so den holen wir uns jetzt wa ja zeigen wir mal wo der Frosch die Locken hat der muss da hinten irgendwo sein nur noch im Zimmer ich hab ihn ich hab ihn getroffen ich hab ihn immer getroffen ich hab ihn immer getroffen ich kann euch mal zeigen wo der ist ich sehe ihn jetzt schlecht weil er sich im Laub versteckt hat er läuft da hinten da hinten da hinten oben auf dem Dach ey alter woher woher dreht sich um da wo ich markiert habe da ging es irgendwie hoch da oben da oben war ich hol dich mal ich würde bloß auch eine andere Knarre nehmen ok ja dann komm lieber mal schön getroffen komm lieber mal komm mal 3 3 2 1 danke geil Karsten Karsten war schon immer der Lebensretter naja wenn geht ja nur was dann lobe mich lobe mich mal nicht so sehr ich muss hier mal die Fußstadt launchen und hier im Kampf hier hinter ungefähr ne der läuft hier drinnen rum oooh ey gibts ist das ey der oben am Fenster war ey was oben am Fenster schon ja ja hm der rennt hinten weg ihr könnt mich wieder beleben oder ist das ein anderes Team ne muss der sein der rennt weg hat einer geguckt was die anderen für Waffen haben ne bin nur gleich zu dir gerannt ich hab gar keine Zeit gehabt die haben nur einen Bounty genommen der eine der will da hin die können wir abgefangen oh im OK mit links ne wegen der Seite da will die Kollegen doch wir hätten den anbrennen sollen wir müssen zurück wieder eigentlich einen hab ich glaube ich angefackelt ich weiß aber nicht ob das der Richtige war wo ist der also auch ihr lauft zurück ich hol das Bounty ok und ihr brennt die ab alle am besten ja die waren ja alle ungefähr auf einen Haufen da müssen wir mal Fackeln finden weil die ist ja mit Freude da hinten neben also geht Höllenbandbomben okay aber erst noch schnell looten vielleicht finden wir ja da dann ja den ihr müsst nicht abgefackelt haben wenn ich nicht vorbeigeschmissen hab also hier liegt er nö da hab ich vorbeigeschmissen nö da hab ich vorbeigeschmissen was hat der das bringen fehlt so hat er nicht hier in aber ich kann nichts mehr aufnehmen warum kann ich nicht also drei drei habe ich jetzt gefunden da liegen vier ja ja oder die tierinner kann ich die nicht mal looten konnte man doch nicht wenigstens wenn man Kohle rausnehmen ja kommt auf an wenn du da Gegenstande oder Geld ich lauf jetzt nicht durch die Falle aber wen brennen wir an alle alle ich hab ja eine ja das blöd hier liegen alle so verteilt also vier haben wir jetzt gefunden einer ist hier der ist bei mir der hat die verfolgt oder ist ein anderer also sollen wir jetzt schon wieder zu dir kommen oder sollen wir die erstmal abfackeln 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 wir gucken mal wegen Feuer und dann ja ja vier fackeln ran schleppen naja das ist doch genau in dem Gebiet freu dich ja in der fackel harry eine hast du eine hast du das sind nicht mehrere das sind nicht mehrere naja ich sag auch manchmal stehen ja mehrere zusammen in einer Kiste oder so ich hab auch eine ich hab auch nur eine ich komm ja auch dahin hab ja dann ich hab den fährt gemacht ne oh hier ist auch noch eine fackel ja also ich brauche ich jetzt mal den hier abfackeln hm ich denke da der scharfschütze wird bei Schüttl gleich da sein packel den ab wo sind wir also ich habe jetzt vier gefunden wo sind denn die anderen da müssen sie dann sechs liegen oder der hat ja überlebt bei der scharfschütze wenn er das ist hier liegt noch einer hier liegt ja noch eine den werde ich jetzt auch mal abbrennen so ich habe ein ein paar okay weil ja jetzt auch gerade gerumst und brennen schon alle drei große vierte und hier ist eine vierte fünfte ja sind einer fehlt und das ist der scharfschütze dann da müssen wir hier noch hin was hinwerfen ich hab was umgelegt ihr müsst weggehen ganz weit weggehen hier muss ganz weit weggehen jetzt der scharfschütze ist auf 90 denke ich ja ich habe ich habe schattensicht gerade gewesen ja der müsste eine brücke sein schön schönes ding herrlich er kam gesprungen und wir kamen auch wieder weg herrlich muss das sein warum hat mich warum jetzt ja keine ahnung kannst du nicht mehr für munition ihr habt anscheinend kann denn ich muss noch inhaltigen oder weil hier drei waffen liegen warum liegen da drei waffen da möchte kommen wissen deswegen weil auch dann in fliegt war dann kommen abkommt alle ordnungsgemäß lecker brand gut für den sheet angemacht für den headshots geil aber er kam eigentlich einfach nur hochküpfchen nackt rot er wusste gar nicht wie geschieht lustig aber manchmal so lackschüsse das ist schon schön so jetzt mit karsten läuft es jetzt wieder ja das rumgerissen hatte die ja vorher schon mehrere spiele zwei oder drei und jedes mal jetzt einfach gestorben nein das vorletzte war also das vor dem aber gut ein kill das immer dafür blüßt jetzt auf du bist halt ich glaube karsten ist wichtig für dein wohlbefinden meinst du dein was für dein motivator hat er was fallen gelassen ja der geier hat er fallen gelassen könnt ihr beide nehmen ich will nicht haben habe ich schon okay dann nehmen wir es also ich habe schon am dicken direkt an der brust okay hat er schön genährt wir haben eine eine Natter an unserem Busen genau hast du es genommen fastball nee ich brauche nicht ich werde den Jäger jetzt verklebt achso okay ich bin mal gespannt was er für eine karte hat er mit dem schaschen er hat nicht schlecht geschossen damit das ist ja gleich jedes mal ein kopfschutz gegeben du sagst ja springend hochdreht sie um drückt man den headshot rein ach dir auch stimmt es ist bunde ne das ist das grauen aller die sind einfach so schrecklich ey ja 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 Ich schieße auch noch vorbei an dem Hund. Der wollte ich nicht vorbeilassen. Schießt einer auf mich? Nee, den anderen. Ach so, sorry Carsten. Ach so, noch mal. Warte, nein, brauchst du nicht. Hab nichts mehr. Hey, ich bin gleich tot. Hey, hör auf, hör auf. Ach, das kratzt mir auch noch ab. Wann ist der Kratz, wenn du auf den Krawall gerührst? Irgendjemand hat mich angeschossen und wollte mich rächen. Ach so, immer auf dem Fall schon. Ach so, ich dachte, du warst Pascal und deswegen hab ich... Ach so. Ach so. Ach ja. Da sind schon schlimme Unfälle passiert bei sowas. Ja, halt so. Das Schlimme ist ja, Pascal hatte ja den Bounty und wir... Wir könnten den Bounty nicht mal hochheben, ne? Nein. Dann wäre er weg. Ja, Pech. Ja. Aber alles, Ende gut, alles gut. Ich glaub besser, die hatten mal Bounty rausgebracht und wollten und haben sich abgeschossen. Und so oft, dass die dann mit dem Geld gekriegt haben und ich war ja so tot, dass sie mich nicht wiederbeleben konnten. Ja. Und ich hab nix gekriegt. Das war Matze und sein Kollege Michael.